Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa sahbihi wa jama'in. Das Thema von heute ist die Beschwerde am Grab. Wir haben gesagt, dass es verschiedene Arten von Dua gibt, die Erneuerung Dua sind. Einmal, dass man zu einem Toten oder einem Abwesenden anruft, egal ob von den Propheten oder von den Rechtschaffenden. Also ein Toten oder ein Abwesenden, einer der ganz woanders ist, der nicht unmittelbar hier ist. Man ruft ihn an, man ist in Irak beerdigt, ich bin hier in Deutschland, ruft ihn, oh du so und so, gebe mir dieses und geben es. Man sagt, wir sagen, oh du so und so, rette mich. Das heißt, man bittet von ihm etwas, wozu nur Allah subhanahu wa ta'ala in der Lage ist. Hierzu sagt Ibn Tayyya in Majmur Fatawa unter der Überschrift Al-At-Ayya al-Bed-Iyya al-Marakid al-Thalaf. Dies ist der Schirk gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Wir wissen mit dem Schirk, dass der Schirk extrem gefährlich ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Zuchhu 4, Vers 48 Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Zuchhu 5, Vers 72 Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Zuchhu 6, Vers 88 über den Schirk sagt er, ähm, das, äh, sagt er, ähm, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'amalun. In Zuchhu 9, Vers 65 sagt er, la kat uhhiya ilayka, also, und hätten sie Schirk begangen, dann wäre das, was sie an Taten getan haben, zunichte geworden. In Zuchhu 9, Vers 65 sagt Allah subhanahu wa ta'ala, la kat uhhiya ilayka wa ilayla dhina min qablik, la in ashrakta, la yahwetan na amaluku, la ta kunnanna min khasirin. Und es ist dir, also, oh Mohammed, schon offenbart worden, und denen vor dir, hättest du Schirk begangen, wären deine Taten zunichte geworden, also dein Unmütige geworden. Also alle Taten, die guten Taten, die du vorgemacht hast, du würdest wahrlich zu den Verlierern gehören. Allah subhanahu wa ta'ala macht in den Koran darauf aufmerksam, dass man für jemanden, der im Schirk gestorben ist, noch nicht mehr um Vergebung bitten darf. Er sagt, in Zuchhu 9, Vers 113, Das gezieht sich nicht für den Propheten und die Gläubigen, für die Muschrikun, um Vergebung zu bitten, nachdem einem klar geworden ist, dass sie zu den Gefährten des Feuers gehören. Und die Dua, jemand anderem zu widmen außer Allah, ist eine Form der Ibadah. Und eine Ibadah, jemand anderem zu widmen außer Allah, ist eine Form des Schirks. Der Beweis dafür, dass eine Form des Schirks ist, jemand anderem außer Allah, die Ibadah zu widmen. Zum Beispiel in Zuchhu 4, Vers 36, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Er dient Allah alleine und macht ihm gegenüber keinen Schirk, keine Vielgötterei. Das heißt, jemand anderem einen Ibadah zu widmen außer Allah, ist eine Form des Schirks. Und die Dua ist eine Form der Ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel in Zuchhu 2, Vers 20, Sprich, ich mache Dua nur zu meinem Herrn und ich geselle ihm gegenüber niemanden bei. Das heißt, ich begehe ihm gegenüber keinen Schirk. Wie gesagt, Ibn-Ut-Themir teilt das ein. Erste Kategorie, da darüber sagt er, also wenn man jemanden, der tobt, einen Propheten, einen Rechtschaffenen, einen Abwesenen oder Toten, um etwas bittet, was nur Allah geben kann, da sagt er, Zweite Sache, dass man einen Toten oder einen Abwesenen von Propheten, Rechtschaffenen oder anderen, darum bittet, Dua zu machen. Das heißt, man bittet den, darum Dua zu machen, den Toten, Abwesenen etc. Das ist auch, da sagt er, das ist nicht fremd, unbekannt für jemanden, der Wissen hat, dass es zu der Bitta gehört, die keiner von den rechtschaffenden Vorfahren dieser Ummah gemacht hat. Okay, jetzt geht es um eine Geschichte, mit der einige Leute es rechtfertigen wollen, dass man Tote um Hilfe bittet. Es geht um eine Geschichte, die in der Mosanna von Ibn Abi Scheiber überlieferte, von Abu Muawiyah an Al-Amash, an Abi Salih, an Meli Giddar. So, da geht es um einen Hüter, der sagt, es gab eine Dürre zur Zeit von Umar, und da ging ein Mann zum Grab vom Propheten, und sagte, ist das Kiwi Umatik, das heißt, bitte um Regen für deine Umar. Das heißt, ein Mann ging zum Grab und sagte, während einer Dürre in der Zeit von Umar, mache bitte um Regen für deine Umar, denn sie sind zerstört. So wurde ihm im Traum gesagt, gehe zu Umar und gebe ihm den Salam und berichte ihm, dass ihr getrennt werdet. Das heißt also hier, wird also überliefert, dass eine Person, ein Mann, ging zum Grab des Propheten, zum Grab des Propheten, und sagt zum Propheten, mache Dua für uns. Das heißt, mache Dua für uns, dass es regnet. Das heißt, die haben wir tatsächlich den Fall, dass nach dem Tod des Propheten jemand zu seinem Grab geht. Wo wird das überliefert? Denn wir haben gesagt, es gibt keine Überlieferung, die authentisch ist, wo so etwas erwähnt wird. Es wird in einem Mosandah von Ibn Abi Sheyber überliefert, nicht in Sahih Muslim, nicht in Sahih Bukhari, das heißt, nicht in den Kutub Sittah. Aber wir müssen erstmal schauen, ist dieser Hadith authentisch? Und woran erkennt man noch, wenn Hadith authentisch ist? Da gibt es fünf Bedingungen, die Gelehrten gestellt haben. Erstens, die Überlieferungskette muss durchgängig sein. Zweitens, alle Überlieferer müssen Adela haben, das heißt Rechtschaffenheit, Redlichkeit. Drittens, sie müssen alle Doppgenauigkeit haben. Das heißt, selbst wenn jemand vielleicht ein guter Muskel ist, kann sein, dass er ein vergesslicher Mensch ist, der der total durch einander ist, oder einer, der nicht richtig zuhört. Dann, viertens, es darf keine Ungereimheiten geben, Shudus und keine Ellel, keine versteckten Fehler. Und diese Überlieferung, die von Ibn Abi Sheyber beliefert wird, hat extrem viele Fehler. Erstens, Malik-ud-Dar ist der letzte, also hier, Ansari an Malik-ud-Dar ist unbekannt nach Al-Bukhari in Tarikhul Kabir Band 7, 304, in Ibn Abi Hatem, nach Ibn Abi Hatem, Ar-Jarwa Ta'adil Band 8, 213, und Al-Hafd al-Mundari, Tar-Rib Band 2, 41, 42, ist der unbekannt. Das heißt, wenn ein einziger Fehler schon hier drin wäre, können wir schon sagen, diese Überlieferung, diese Überlieferung alleine ist schwach. Das ist der erste Fehler. Zweite Fehler. Al-A'mash ist Mudellis. Mudellis, nach Ibn Hajar, in Tabakatul Mudellisin, 53, und er überliefert mit Anu. Er sagt nicht, Sami'atu hadathana. Von jemandem, der Mudellis ist, wird nur akzeptiert, wird nicht akzeptiert, wenn er überliefert, wenn überliefert, in der Überlieferungskette steht, Ani, über. Okay? So, dann. Nächste Sache. Das ist der zweite Fehler. Dann, Tafarrot, das Merikudah, in einer allgemeinen Angelegenheit, derjenige ist, der das als einziger überliefert. So eine wichtige Sache. Das hätte sich rumgesprochen. Dieser Traum. Warum ist er der einzige, der hier überliefert? Dann, widerspricht er den Handlungen der Sahaba. Denn wir wissen, in der Dürre, zur Zeit des Propheten, alayhi sallallahu alayhi sallam, ist was passiert, ist, Umar al-Khattab, hat al-Abbas genommen, hat al-Abbas Dua machen lassen, für Regen. Warum ist er nicht zum Propheten gegangen? Weil jeder weiß, dass der Prophet eine höhere Stellung hat, als al-Abbas, radiallahu anhu, der der Onkel des Propheten ist. Und das ist in al-Bukhari 1010. Dann, der Fragende, ist unbekannt, man weiß gar nicht, wer der ist. Ja, Raju luna kabri nebi. Es ging einem Mann zum Grab des Propheten und sagte das. Wer ist das? Das heißt, das akzeptiert man nicht einfach. So, dann nächste Sache. Die Sahaba sind dieser Handlung nicht gefolgt. Hier wird nicht von einem Sahabe überliefert. Hier ist irgendein Mann. Das heißt, diese Überlieferung hat so viele Schwächen. Dann die nächste Sache sagt, ein Traum ist kein Beweis. Ein Traum ist kein Beweis. Ja, dann, in der Scharia. Man kommt nicht mit einem Traum und bringt etwas als Beweis dafür, dass eine bestimmte Handlung richtig ist. Dann nächste Sache. Es wird aus der Überlieferung nicht klar, dass Omar die ganze Geschichte erzählt wurde. Selbst wenn wir sagen, und diese Überlieferung ist stark, weil man will ja sagen, guck mal, Omar wurde das berichtet, dass diese Person zum Grab gegangen ist und den Propheten etwas gebeten hat und das zeigt, dass Omar das akzeptiert hat, dass es richtig ist. Aber warum hat Omar das dann nicht selber gemacht? Und zweitens, Omar es kommt aus diesem Handlung nicht heraus, dass Omar erzählt wurde, dieser Mann ging zum Propheten und hat Dua zu ihm, hat ihn darum gebeten, dass er Dua macht, dass es regnen wird. Sondern, selbst wenn sie richtig wäre, kommt nur heraus, dass Omar gesagt wurde, dass jemand den Propheten im Traum gesehen hat und wenn man den Propheten im Traum sieht mit der richtigen Beschreibung, aber diese Person, ob er den Propheten mit der richtigen Beschreibung im Traum gesehen hat, das weiß man nicht, weil diese Person ist unbekannt und das kommt aus diesem Hadith auch nicht heraus, sondern es wird nur überliefert, dass er den Propheten im Traum angeblich gesehen hat und angeblich Omar das gesagt hat, hat und Omar das akzeptiert hat mit dem Traum. Die Reaktion von Omar wird nicht überliefert. Die Reaktion von Omar al-Khattab wird nicht überliefert und es wird nicht überliefert, dass Omar al-Khattab besagt wurde, dass diese Person zu Omar gegangen ist, hat gesagt, zum Propheten alaihi sallallahu gegangen ist und hat gesagt, mach Dua, dass es regnet. Es wird nicht überliefert, sondern nur, dass der Traum gesehen wurde. Das heißt, in anderen Worten, in anderen Worten, dieser diese Überlieferung ist schwach von verschiedenen Seiten, von mehreren Seiten und selbst wenn sie richtig wäre, ist kein Beweis darin, weil Omar nicht bestätigt hat, nicht, also er ist erstmal schwach von der Überlieferungskette her und dann noch, weil er der Handlung der Sahaba widerspricht, der Handlung der Sahaba widerspricht und dann, die Sache ist, die auch sehr wichtig ist zu erwähnen, Omar und Khattab hat es nicht bestätigt in dem Hadith, in dieser Überlieferung, aber das ist eigentlich kein Hadith, in dieser Überlieferung hat er nicht bestätigt, dass die Handlung richtig gewesen ist, in dieser Überlieferung und deswegen, was ist unsere Lösung? Unsere Lösung ist, mache Dua zu Allah, lasse das, geh nicht zu irgendeinem Grab, rufe nicht Abdukade Jelen, rufe jemand an, der besser ist Abdukade Jelen, der ein guter Mann da, rufe Allah an, Allah sagt, so 40, 60, Euer Herr sagt, mach Dua zu mir, ich werde euch antworten, ich werde euch antworten, wer sagt das? Allah, zu dir, zu mir, zu uns allen, wer ist besser? Allah subhanahu wa ta'ala oder irgendein Mensch, das ist ein Befehl von Allah, Allah liebt es, wenn du Dua machst zu ihm, er sagt in Surah 2, Vers 186, وَإِذَ سَأَلَتْ عَيْبَادِ عَنِّ فَإِنِّي كَرِبُ وَجِبُ دَعْوَ تَدَعِرَدَانِ und wenn dich deine Diener nach mir fragen, so bin ich nah, ich höre das Bittgebet, das Bittner, wenn er mich bittet, deswegen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in dieser Angelegenheit recht leiten und kraft gehen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.